Mein Name ist Ralf Einhoff, ich bin Zahnarzt bei den Flusszahnärzten. Meine Warnungsbereiche umfassen neben der allgemeinen Zahnmedizin die ästhetische Zahnmedizin, die Parodontologie und Schlaftherapie ist ein Thema von mir. Mein Name ist Katja Taube, ich bin seit 20 Jahren bei den Flusszahnärzten tätig. Ich organisiere gemeinsam mit den Flusszahnärzten den Fachbereich Prophylaxe. Insgesamt sind es 30 Mitarbeiterinnen, die sich ausschließlich um die Prävention unserer Patienten kümmern. Jede Praxis des Flusszahnärztenetzwerks hat eine autarke Prophylaxeabteilung, die wir seit 2002 zentral organisiert aufgebaut haben. Die Prophylaxe ist uns ein ganz wichtiges Thema, weil wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, unsere Patienten ein Leben lang zu betreuen. Und da ist die Vorsorge und die Prävention von aufwendig zu reparierenden Zahnerkrankungen ein besonderes Anliegen und Ziel unserer Gruppe. Die MIZ, also unsere medizinische individuelle Zahnerhaltungstherapie, bedeutet nicht nur, dass Zähne gereinigt werden, sondern sie ist auf jeden Patiententyp und dessen Befundsituation zugeschnitten. Bei jeder MIZ ist die Messung der Zahnfleischtaschen obligatorisch. Wir möchten nämlich immer die Taschentiefen in den Sitzungen vergleichen, um so schnell Veränderungen festzustellen. Jetzt werden weiche und feste Zahnbelege oberhalb und unterhalb des Zahnfleisches entfernt. Die anschließende medizinische Tiefenreinigung erfolgt meist mit Handinstrumenten. Rotierende Gummikelche oder Polierbürstchen glätten die Oberflächen, um ein Neuansetzen von Belegen zu erschweren. Zum Schluss werden die Zähne mit einem speziellen Fluoridlack oder Gel überzogen, um den Zahnschmelz vor Säure und Empfindlichkeiten zu schützen. Zudem bekommen die Zähne einen schönen Glanz.